Oh ja, jetzt habe ich mir die Kamera wieder angemacht, weil ich mir dachte, wir machen wieder eine kleine Rederunde aus dem Auto. Und es kam wirklich sehr gut an bei euch, letztes Mal. Und ja, jetzt sind wir wieder Kameras an. Wir reden wieder über Themen, die mich beschäftigen. Ihr habt sicher mitbekommen, dass jetzt nicht so viele Videos kamen die letzten zwei, drei Wochen. Also besser gesagt eigentlich seit Neujahr. Und es hat auch einen gewissen Grund, erstens, also eigentlich hat es zwei Gründe. Erstens, wir bauen gerade eine neue Halle, in der auch ein YouTube-Studio reinkommt. Und in der Halle werden sehr viele Videos produziert, werden für dieses Jahr auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, Renovierungsanleitungen, Tipps, Tutorials, geilen Shit, einfach sage ich jetzt mal, geile handwerkliche Sachen. Und das ist noch eine Fertigstellung, das zögert sich ein bisschen hinaus. Deswegen kann das noch sein, dass jetzt so die nächsten ein, zwei Wochen ein bisschen ruhiger bleibt. Danach könnt ihr aber wirklich mit mindestens einem Video pro Woche rechnen, weil da wird richtig durchgeballert. Und da habe ich auch schon sehr geile Themen und sehr coole Ideen für Video-Formate. Das zweite Thema ist, dass wir eine neue Firma gegründet haben. Und zwar haben wir ein Funktionsflächenextil GmbH gegründet. Das heißt, wir haben Funktionsflächenextil aus dem Malerbetrieb getrennt sozusagen. Das war ja davor zusammen mit dem Malerbetrieb. Das entstand ja auch aus dem Malerbetrieb heraus, Funktionsflächenextil, und ist jetzt eben eine eigenständige Firma. Und die haben ich und meine Mutter, die Marion, zusammen gegründet. Der Hans Werner ist natürlich auch dabei. Alles bleibt alles so wie vorher, ist einfach nur eine andere Filmierung. Und da ist halt jetzt ziemlich viel zu tun. Das heißt, wir müssen erst mal, naja, die Gründung der GmbH war natürlich eine Sache. Da zieht sich aber ein ganzer Rattenschwanz danach. Dann eben Kontoeröffnungen, neue Steuernummern beantragen, neues Geschäftspapier machen, die ganzen Preislisten umschreiben, die ganzen Kunden informieren. Hey, wir haben eine Umfirmierung gemacht, haben jetzt ein neues Bankkonto. Das ist ziemlich viel. Und vor allem, wir stehen jetzt auch vor der großen Herausforderung, auch neue Mitarbeiter eben zu finden, dass wir natürlich auch wachsen können mit unserer neuen Firma. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt die Tapetenfirma haben, möchten wir natürlich auch, naja, größer werden sozusagen. Dafür brauchen wir die richtigen Mitarbeiter, dafür brauchen wir mehr Mitarbeiter. Wir müssen es halt ganz logischerweise hoch skalieren, je nachdem, wie die Nachfrage der Kunden auch ist. Und ja, ist ein bisschen schwer gerade das alles, vor allem, wenn man da jetzt noch so am Anfang steht. Ich lese da auch ziemlich viel drüber, wie man das Ganze machen kann, wie man das Ganze anpacken kann. Ich habe jetzt ein Buch sogar mal hier dabei, weil das lese ich gerade. Das ist hier das Mythos Unternehmer von Matthias Aumann. Und das würde ich schon sagen, ist für den Anfang ganz hilfreich, wenn man solche Probleme hat, wie Mitarbeitergewinnung, beziehungsweise Recruiting nennt man das in dieser Szene. Prozesse optimieren, das ist auch ganz wichtig bei uns. Wie kann man effektiver arbeiten und nicht seine Time wasten? Prozesse optimieren, Mitarbeiter finden, was ist noch so ein Ding? Zum Beispiel Onboarding für die Mitarbeiter dann. Das ist auch ein großes Thema, das mir auch am Herzen liegt, dass wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, dass sie auch von Anfang an wissen, was sie tun müssen und ich denen nicht jeden einzelnen Mitarbeiter neu anlernen muss. Sondern, dass es ein gewisses Konzept gibt, dass wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dass der halt angelernt wird mit dem Onboarding-System, das wir dann entwickeln. Und das sind alles so Sachen, die kannst du nicht einfach wissen. Dafür muss man sich halt Hilfe holen und ich habe mich jetzt halt dafür entschieden, mit dem Matthias Aumann zusammenzuarbeiten. Lese jetzt mal das Buch. Und ab 1.3. mache ich auch bei dem Coaching mit von Mission Mittelstand. Und das geht vier Monate lang bei mir. Und dann schaue ich mal, was daraus wird. Also ich hoffe halt, dass wir die Firma wirklich als große Tapetenmarke auf den Markt bringen können. Wir sind ja schon auf dem Markt und haben auch unseren Kunden gestanden, der auch sehr begeistert ist von den Produkten. Aber ich will einfach, beziehungsweise wir wollen, bekannter werden, größer werden und eine richtig gestandene Tapetenmarke auf dem Markt etablieren. Und das ist mein großes Ziel für die nächsten Jahre. Das ist jetzt kein Ziel, was man sagt, das mache ich jetzt dieses Jahr. Sondern es ist ein langfristiges Ziel, sagt man. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich freue mich auf die Zeit. Und ich freue mich auf euer Feedback, weil ich möchte euch da mitnehmen auf der Reise von der Firma, wo es hingeht, wie es läuft. Ich werde euch da immer wieder Updates geben in den Formaten, wie hier in der Rederunde. Und ich finde das eigentlich ganz toll. Und es kam mir eigentlich auch ganz gut bei euch an, die erste Rederunde. Und es hat mich auch sehr gefreut, weil mir macht es auch Spaß, einfach mal so zu euch zu reden und nicht immer nur handwerkliche Sachen erklären zu dürfen. Ja, deswegen möchte ich mal Danke sagen und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Habt ihr vielleicht dieselben Probleme, Mitarbeiter zu finden, beziehungsweise die richtigen Mitarbeiter zu finden. Die Mitarbeiter dann auch so anzulernen, dass die dann auch die Sachen so machen, wie du sie willst. Und eben Prozesse zu optimieren, um effektiver zu arbeiten, weil die Zeit ist begrenzt bei mir auch. Ich habe ja noch eine zweite Firma mit modernen Handwerk, wo ich die Social-Media-Sachen abwickele sozusagen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und das habe ich ja auch im letzten Video schon thematisiert, wie viel Zeit ich eigentlich investiere. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den mal in der Videobeschreibung. Da habe ich drüber geredet, wie viel Zeit ich in YouTube investiere, ob ich davon leben kann und lauter so ein Zeug. Ich verlinke euch übrigens auch mal das Buch. Das gibt es auch kostenlos, da müsst ihr bloß den Versand bezahlen. Das ist eigentlich auch ganz cool, also ihr könnt das Wissen kostenlos abrufen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht ein Fan von so Motivationscoaches und Unternehmensberatern, die so öffentlich auftreten, sage ich jetzt einmal. Aber da war ich auch am Anfang sehr skeptisch. Ich muss ehrlich sagen, das Buch regt einen so zum Nachdenken an und es wird auch angeregt dazu, dass man sich Notizen macht. Und man beschäftigt sich automatisch damit, wenn man die ersten Seiten anfängt zu lesen, weil das echt fesselnd ist. Und ja, finde ich ganz spannend. Bin sehr gespannt, freue mich auf die Zeit, wie sich die Firma entwickelt, wie ich mich da auch selbst entwickle persönlich. Und ja, falls ihr ja noch nicht Kunde seid bei Funktionsflächenextil, bei meiner Tafetenmarke, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise unserer Tafetenmarke. Und ja, jetzt bin ich voll rausgekommen, egal, es wird umgeschwindet hochgeladen. Dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung gucken, verlinke ich euch auch mal den Link zu den Funktionsflächenextilen für den direkten Nassbereich als Dusche. Ist komplett nahtlos im indirekten Nassbereich, Fassadeboden, normale Wände, unzählige Möglichkeiten an Grafiken. Nahtlos im 5m x 20m, also da ist für jeden was dabei. Wenn ihr Maler oder Verarbeiter, Badplaner, Raumausstatter, Fliesenleger, was weiß ich seid, dann füllt gerne das Kontaktformular aus. Da kommt auch bald ein neues technisches Handbuch raus, das wird auch ganz spannend. Ja, schicken wir euch per Post zu. Ich hoffe, euch hat das mal wieder gefallen, dass ich einfach mal zu euch rede. Wundert euch nicht, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, dass jetzt nicht so viel kommt gerade. Ist einfach der Firma geschuldet und dem Umbau des Studios, dass ich noch geileren Content für euch liefern kann. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Verfolgt meinen Kanal gerne weiter, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet. Und dann macht's gut. Euer Tobi. Das war komisch. Kurz noch ein Thumbnailblick beim Autofahren. Boah, das war schon gefährlich hier. Also, ciao.